Die Fragen sollten beantwortet sein, denn nur über das Spiel, nicht außerhalb des Spiels. Zuerst eine Zusammenfassung. Ich war 17 Jahre Profispieler, bin jetzt 23 Jahre Trainer und ich glaube, ich habe noch nichts zu tun, wie ich spielen wollte. Ich bin 17 Jahre alt und bin 23 Jahre alt. Ich glaube, dass ich das Spiel im Leben gesehen habe. Ich möchte mal sagen, dass wir sicherlich in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt haben. Das ist natürlich schwierig, wenn die Mannschaft hinten drin steht. Ich bin sicher, die Schutlau oder Laini. Natürlich, wir spielen nicht gut. Es war schwer, weil wir in der Freude spielen. Wir spielen in der Freude, aber wir spielen in der Freude. Was da eigentlich abgeht vom Zeitschinderei und Warten und den Ball nochmals wegkicken und alles, das verstehe ich nicht. Und wenn man die Fussball-Wendmeisterschaft geschaut hat, wie viel Zeit da nachgespielt wurde, bei uns waren es zwei Minuten erste Halbzeit, fünf Minuten zwei Halbzeit. Dann verstehe ich nicht, was dann da anders sein sollte. Ich glaube, dass wir das auch unterbringen können, Wenn man schnell gelbe Karten zeigt, weil wenn du eine hast und noch eine zweite bekommst, dann hast du rot. Also ist das sicher was nicht nur für dieses Spiel heute, sondern allgemein was man wahrscheinlich verbessern kann. Vielen Dank. Wir haben in der zweiten Halbzeit mehr Druck entwickelt. Das hat sicherlich in der ersten Halbzeit gefehlt, dass wir das provociert hätten. Wir haben schlussendlich auch zu wenig Möglichkeiten herausgespielt. Wenn der Gegner so verteidigt, dann musst du eine Torschasse ausrechnen. Das ist uns nicht gelungen. Darum ist das Unentschieden dann gekommen. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir viele Forts. Und in einem Spiel wie dieser, sie hat eine oder zwei Forts. Sie muss diese Forts. Wir haben die Forts, die wir uns nicht kennen. Wir haben die Forts, wir haben die Forts, wir haben die Forts und wir haben die Forts. Und in der zweiten Halbzeit haben wir die Forts. Wir haben die Forts, wir haben die Forts, wir haben die Forts, wir haben die Forts und wir haben so viele Chancen vergeben. Sie haben in der letzten Pressekonferenz schon gesagt, dass Sie mit den Spielern sprechen werden über diesen Punkt. Gibt es etwas Neues? Ja, wir sprechen jeden Tag eigentlich über diesen Punkt. Wir trainieren fast jeden Tag. Und es ist natürlich so, wenn jetzt hast du zwei Tage dazwischen. Also du kannst nicht viel trainieren mit denen, die gespielt haben, weil die in der Regeneration sind. Dann ist am Mittwoch schon wieder gespielt. Aber wir sprechen jeden Tag über das und das gilt das einfach zu verbessern. Und die Spieler müssen noch konzentrierter sein, noch bewusster und das dann schlussendlich auch umsetzen und spielen. Ich muss mich selbst erwähnen. Und wir sagen immer mal, wir kommen heute wieder mit dem Spielern. Und hier diese Schleimerei, wir kommen immer mit dem Spielern. Wir haben heute gesprochen, dass wir keine viele Chancen haben heute und trotzdem haben sie dann zu spät einen Wechsel gemacht. Die erste Halbzeit sah die Mannschaft nicht gut aus und trotzdem haben sie nicht in der Halbzeit überlegt einen Wechsel zu machen und sind sie zufrieden mit der individuellen Leistung von manchen Spielern, besonders dass heute zu viel mehr Fehlpass geht? Man kann natürlich in der Pause wechseln, aber grundsätzlich, wenn wir das in der Pause ansprechen, ist es auch so, dass man den Spielern noch seine Chance gibt, dass sie sich verbessern können und besser umsetzen können. Man kann natürlich auch die Schütte in der Schule wiederholfen, wenn man die Schütte nicht gut hat, die Schütte nicht gut ist. Man kann sich äh nicht gut aus und herausfinden, wenn man die Schütte nicht gut aussen kann. Man kann sich das Schütte nicht gut aus und das Schütte nicht gut ausführen. Was waren noch Chancen? Missbüsse und die individuelle Leistung von manchen Spielern. Das ist immer so. Wir haben heute nicht gewonnen, haben nicht viele Möglichkeiten herausgespielt. Wahrscheinlich hat auch nicht jeder auf seinem Top-Level gespielt. Das war die ganze Mannschaft, die das nicht optimal umgesetzt hat. Wir haben heute noch zwei oder drei Spielern gemacht, sondern durch die ganze Mannschaft. Wir haben heute noch gut gespielt und wir haben noch vorhin. Das war nur wegen der 2-2-2-2-2. Es gab nicht nur die 2-2-2-2, sondern es gab nicht nur die 1-2-2. Es gab nicht nur die 2-2-2, sondern es gab nicht nur die 1-2-2, es gab nicht nur die 2-2-2-2-2. Es gab nicht nur die 1-2-2-2-2-2. Meine Frage heute, die Fans von El Ahli fragen über die Leistung und die Verpflichtungen, die wir planen. Gibt es dann Verpflichtungen für den Winter? Dann hat er ihm gesagt, dann bitte, das ist nicht im Spiel. Dann bitte, diese Frage muss zurückgezogen. Das hat mit dem Spiel nichts zu tun. Sie müssen nur über das Spiel sprechen. Bitte antworten Sie diese Frage nicht. Dann frage ich nur über den Punkt über das Spiel. Die Fans von El Ahli sind enttäuscht von der Leistung von El Ahli heute. Die Mannschaft hat keine Chance kreiert und wir haben gesehen, dass der Gegner dann spielt in den letzten 20 Metern. Und wir haben dann, um Chancen zu kreieren, sollte man viele Flanken oder vielleicht Schüsse von außerhalb. Und mein Stürmer ist der kleinen Kopfballstärker. Warum hat Hassan als Kopfballstab dann nicht angefangen, also früher angefangen? Ja, es ist eigentlich wie immer. Also es sind nicht so viele Flanken reingekommen, am Schluss noch. Und da war, der Hossein war drin. Und vor allem hatten wir, sind fast keine Flanken gekommen. Und ja, also das ist das Spiel. Also man kann dann eigentlich immer sagen, okay, wenn er mir das nächste Mal sagt, okay, wenn ich aufstellen, oder kann es mir jetzt schon sagen, wie wir am nächsten Mittwoch spielen sollen? Und dann, wenn es nicht ist, frage ich die gleiche Frage ihn. Vielen Dank. Und was Sie sagen, soll ich deine Worte zeigen? Was dann vielleicht nicht so gut sein? Was mein Worte zeigen mit dem Worte machen? Also immer noch die Frage, wenn man uns mal an die Gewistungen machen kann, was wir sagen, was wir sagen? Man sagt, was wir machen? Wir haben sie nachdenken, dass wir diese Worte zeigen. Also das Handy beim Worte ab und sprechen. Und was wir sagen? Und was die Musik passiert? Dann gibt es eine Spiele für diese Worte? Ich denke, es ist wichtig, heute sind unsere Fans sehr wichtig, und heute waren auch nicht so viele, also ist wichtig, dass die Leute auch kommen und uns unterstützen im Stadion. Vielen Dank.